Letzte Woche habe ich den ersten Teil des Videos vorgestellt, 50 erstaunliche Fakten über Israel. Für diejenigen, die den Clip noch nicht gesehen haben, werde ich einen Link in der Beschreibung hinterlassen. Jetzt werde ich Ihnen 25 neue Fakten über Israel erzählen und ich kann Sie davon überzeugen, dass das Interessante noch bevorsteht. Genieße das Zusehen! Israel ist das einzige Land der Welt, das ein Freihandelsabkommen hat, gleichzeitig mit den USA, Mexiko, Kanada und der gesamten Europäischen Union. Wussten Sie, dass nur etwa 40% aller Juden weltweit in Israel leben? Allein in den USA gibt es genauso viele, und zwar in durchaus Führungspositionen. Sie erinnern sich, dass Amerika aus diesem Grund Israel bevormundet und Handelsabkommen hat. Obwohl das Land seit dem 1952 Jahr nicht ohne Vertreter bei den Olympischen Spielen ist, sie haben es nur geschafft, eine einzige Goldmedaille zu gewinnen, und obwohl Fußball dort die beliebteste Sportart ist, die israelische Nationalmannschaft konnte sich 1970 gerade einmal für eine Weltmeisterschaft qualifizieren, und das als asiatisches Team. Die Farben der israelischen Flagge sind blau und weiß und nicht zufällig. Sie symbolisieren eigentlich die Farben der sogenannten Talita. Dabei handelt es sich um einen besonderen Schal, den man sich beim Gebet um den Kopf legt. Der Davidstern in der Mitte der Flagge ist seit Hunderten von Jahren das Symbol Al-El-Er-Juden. Das offizielle Zeichen Israels ist beispielsweise eines der ältesten im Judentum und heißt Menorah. Es handelt sich um einen siebenarmigen Kerzenhalter, dessen Form stark an einen bestimmten Salbei-Tee namens Moria erinnert. Seine Zweige breiten sich so weit aus, dass sie als Inspiration für die sieben Leuchter im heiligen Tempel von Jerusalem gedient haben könnten. Einer der wichtigsten jüdischen Feiertage ist Chanukka, das Lichtfest. Es ist der Wiederweihung des Tempels in Jerusalem gewidmet, die vor mehr als 2000 Jahren stattfand. Der Kerzenhalter, über den wir gerade gesprochen haben, heißt Chanukka Menorah. Die Chanukka-Feierlichkeiten finden im Dezember statt und dauern acht Tage. Es ist Essen, Trinken und Geschenke wie Weihnachten. Elad ist eine Hafenstadt in Israel, die nicht nur dafür bekannt ist, dass sie zollfrei ist. Es wurde auch zum Ort des Freihandels erklärt. Das heißt, es gibt keine Mehrwertsteuer oder Steuern auf Waren und deshalb sind sie sehr günstig. Ansonsten beträgt die Mehrwertsteuer im Rest des Landes 17%. Tel Aviv gilt oft als die teuerste Stadt der Welt zum Leben. Es handelt sich tatsächlich um ein mächtiges Wirtschaftszentrum, das die Finanzen des gesamten Staates steuert. National Geographic hat Tel Aviv zur besten Küstenstadt der Welt gekürt. Israel scheint das einzige Land der Welt zu sein. Das ist historisch wichtig für drei ganze Religionen. Es ist Gottes gelobtes Land für Juden, das heilige Land für Christen, seit Jesus Christus dort geboren und gekreuzigt wurde. Und für Muslime ist es der Ort, an dem der Prophet Mohammed in den Himmel aufstieg. Auf einer der Wände des für alle Christen heiligen Tempels ist die Auferstehung Christi zu sehen. Da steht hässlich eine Holzleiter, die seit dem 18. Jahrhundert, also seit 300 Jahren, nicht mehr bewegt wurde. Sechs verschiedene Kirchen haben behauptet, es zu besitzen, und keiner hat zugelassen, dass eine andere es berührt oder bewegt. Wussten Sie, dass Israel zum Beispiel zusammen mit Kanada oder Neuseeland existiert? Gibt es einige der wenigen Länder auf der Welt, die keine Verfassung haben? Es gibt eine sehr eigenartige psychische Erkrankung, die Jerusalem-Syndrom genannt wird. Der Betroffene entwickelt die Wahnvorstellung. Nachdem er die Stadt besucht hatte, wurde er von Gott zu einem höheren Zweck gesandt. Er fängt fast an, sich selbst als den neuen Messias zu betrachten. Sie denken, es sei ein Witz, aber jedes Jahr gibt es etwa 100 dokumentierte Fälle dieses Syndroms. Vielleicht liegt der Grund dafür in der Auferstehung Christi in der Kirche. Im Inneren befindet sich das Grab Gottes, der heiligste Ort für Christen. Man geht davon aus, dass genau hier Jesus Christus nach seiner Kreuzigung begraben wurde und schließlich wieder auferstanden. In diesem Tempel übrigens jedes Jahr, findet die Zeremonie des Heerabsteigens des Feuers der Gnade statt. Die Geschichte ist recht interessant. Jedes Jahr im April wird Israels Unabhängigkeitstag gefeiert, mit vielen Festen und Feuerwerk. Für die Palästinenser ist dieser Tag jedoch als Nakba-Tag oder Tag des Unglücks bekannt, denn zu diesem Zeitpunkt wurde der Staat Israel gegründet. Die Tempelritter waren in Israel aktiv, und es ist überhaupt nicht bekannt, was sie in der Welt verborgen haben. Die Stadt Eka war früher ihre Kommandozentrale, und jetzt werden dort ständig einige ihrer geheimen Tunnel und Hallen entdeckt. Wenn man durch die Straßen Israels spaziert, kommt man nicht umhin, auf diese seltsamen kleinen Hüte zu stoßen, die die meisten Männer dort tragen. Sie wird Kippa genannt und dient als Symbol dafür, der Herr steht immer über den Köpfen derer, die es tragen. Die offiziellen Sprachen in Israel sind seit kurzem Hebräisch und Arabisch. Übrigens eine interessante Tatsache ist, dass Hebräisch vor etwa 1000 Jahren als ausgestorbene Sprache galt, bis es von den Juden wiederbelebt wurde. Damit wurde Israel das einzige Land der Welt, eine ausgestorbene Sprache wiederherzustellen und sie schließlich offiziell zu marschen. Jedes Jahr treffen tausende Briefe aus aller Welt in Jerusalem ein, mit einem bestimmten Empfängergott. Aus diesem Grund hat die israelische Post eine spezielle Box namens Briefe an Gott eingerichtet. Alle sechs Monate müssen sie alle Briefe aus diesem Briefkasten einsammeln und begrabe sie in der Nähe des Ölbergs. Wussten sie, dass die Falafel tatsächlich aus Israel stammen? Es besteht aus gemahlenen Kichererbsen und Gewürzen und scheint das berühmtherste Gericht des Landes zu sein. Daneben genießen natürlich auch Hummus und Schawarma einen hohen Stellenwert. Fast alle öffentlichen Busse in Israel verfügen über spezielle Soundsysteme, die Passagen aus der Bibel und anderen heiligen Schriften spielen. Auf diese Weise erinnern sie die Passagiere daran, höflich zu sein und anderen stets zu helfen. In Israel gibt es kein Geschenk für eine Hochzeit, Bar-Mitzvah, Party oder sogar eine Geburtstagsfeier. Dort bringen die Eingeladenen einen Umschlag voller Bargeld mit, das beste Geschenk. In Israel ist es üblich, in Restaurants ein gutes Trinkgeld zu hinterlassen. Dies entspricht 12 bis 15 bis 20 Prozent des gesamten Rechnungsbetrags, selbst wenn ihnen der Service nicht gefallen hat. Israelis gelten nicht als besonders freundliche Menschen, und selbst wenn sie es vergessen, erinnern sie sie sicher daran, einen Schäkel fallen zu lassen. Wir haben alle vom Ruhm der Juden wegen ihrer Geizigkeit und Gier gehört. Jeden Freitag gibt es einen besonderen Verkaufstag. Wenn zum Beispiel in Geschäften eine Ware verderbt, wird sie zu einem extrem niedrigen Preis wieder abgegeben. Gleiches gilt für unerwünschte Gegenstände zu Hause. In Tel Aviv kommt durchschnittlich ein Hund auf 15 Einwohner. Das heißt, nach groben Berechnungen gibt es allein in dieser Stadt 40.000 Hunde. Da jedoch Steuern für Haustiere auf den Kaufpreis anfallen, viele Juden entscheiden sich für eine Straßensperre, um Steuern zu vermeiden. Das zweitgrößte von den Römern erbaute Kurzentrum heißt Hamad Gader und befinde IT sich in Israel. Auf den Bildern sind Ruinen zu sehen, aber es gibt auch tausende von Mineralwasserbecken, die von tausenden von Menschen genutzt werden. Ich hoffe, Ihnen hat das Video gefallen, und wenn ja, hinterlassen Sie einen Daumen nach oben. Vergessen Sie jedoch nicht, dass Sie auch auf die digitale Schulter stoßen können, indem Sie den Danke-Button drücken, der sich hier unten irgendwo befindet. Abonniert super schnell und einfach den Kanal, damit Sie das nächste Video nicht verpassen. Danke, dass Sie wieder einmal bei mir sind. Auf Wiedersehen und bis bald!